Und wir nehmen wahr die Zahlenreihe des Sternbilds der Schlangenträger. Alle Zahlenreihen sofort in einem hellen, silber-weißen Licht. Und platzieren sie auf der inneren Linse des Geräts, da wo sich das elektromagnetische Feld befindet, auf der kleinen Linse. Im Inneren der kleinen Linse finden wir den Bereich, wie der Schöpfer die Zahl erschafft. Die Zahlenreihe des Schacht. Die Schferne, die die Zahlenreihen sprechen. Wir sehen die Hoffnung von Gott, weil Gott ist die Hoffnung von Gott. Wie ist er Hoffnung von Gott, wenn er diese Realität schafft, dass er die Zahlen, Reden, Verteid, Allergebung, Allergebung und Allergebung realisert. Und so sehen wir die Freude Gottes, weil für Gott, für den Schöpfer, ist die Schöpfung eine Freude, wie er die Zahlen, die Zahlenreihen, die Sterne, das ewige Leben für alle erschafft und die Freude. Und wir finden diesen Punkt der Organisation der Welt durch den Schöpfer in der kleinen Linse. Hier finden wir die Freude Gottes über die Schöpfung der Welt. Und gleichzeitig konzentrieren wir uns sofort auf den drei Linse. Und dann orientieren sich die Linse so, dass im Zentrum zwischen den zwei großen Linse ein dynamisches Leuchten entsteht. Und diese Leuchtende Komponente spricht davon, dass unsere Steuerung, unsere Frage, unsere persönliche Frage unendlich gut im kollektiven Bewusstsein gelöst ist. Wenn wir mit einer Diagnose arbeiten, dann in diesem Leuchten sehen wir so eine Welt, wo diese Diagnose bei keinem gibt, also alles in absoluter Norm ist. Und sobald wir diese optischen Koordinaten zwischen den zwei Linse finden, und das heißt, dass diese Frage sehr gut gelöst hat. Und das heißt, dass im kollektiven Bewusstsein diese Frage sich sehr gut gelöst hat. Und durch die unendlich weit entlegene Ebene entsteht eine Verbindung dieser optischen Komponente mit dem Punkt der Organisation der Welt in der kleinen Linse. Und in der kleinen Linse betrachten wir, wie diese Realität sich organisiert, zum Beispiel in Form von einem Leuchten. Und es bildet sich so ein mächtiges Licht auf und die kleine Linse beginnt zu leuchten. Und dann das, was wir schaffen haben, geben wir dem Schöpfer über in die zweite Linse. Und die Information, die Bewegung von der zweiten zu der dritten Linse, das ist die Handlung des Schöpfers. Und wir beobachten es einfach nur, wie die Information von der zweiten zu der dritten Linse fließt. Und hier sehen wir die allumfassende Steuerung des Schöpfers, des einheitlichen Gottes. Hier können die Zahlenreihen erscheinen. Und diese Handlung des Schöpfers, das ist Hilfe für uns. Und zwar Hilfe, worin wir, was machen wir? Die Hilfe dafür, dass im nächsten Augenblick alle Körper ewig lebend werden. Und hier können wir uns mal wiederholten. Vielen Dank.